Ja, da bin ich auch schon wieder. Da, 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 da. Ah, weißt du was? Dann lass es doch bleiben! So, 20 ist... Ah, das ist nicht gut. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ja, wenn du sowas da auch noch hättest. Mann, Mann, Mann. Na gut, dann gehen wir jetzt für dich in den... äh, Fernmodus über. Ja, super. Autsch. Wir müssen ja ein bisschen meine Headpoints konservieren, Freunde. Trefft mich doch nicht ständig. Hm. Ja, du hättest mal treffen können. So, tü-tü-tü. Oh, Gott. Nee. Oh, super, ne? Äh. Sehr gut. Sehr gut. Autsch. Was sind denn du blöde Ratte dazwischen? Da hast du überhaupt nichts verloren. Oh, come on. Dankeschön. Dankeschön. Wieso trefft ihr eigentlich jedes Mal? Popling-Rattenviecher. Wo warst du das jetzt? Hm, geschafft. Oh, wow. A pack of under dragons forms in front of you. Do you attack or flee? Attack. Achso, mir fällt gerade ein. Ich kann ja, glaube ich, auch wieder raus aus dem Ding hier, ne? Ich muss das ja alles nicht am Stück machen. Na, egal. Jetzt, äh, sind wir schon im Kampf drin. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Alarm. Das war ja so klar. Achso, gut. Ist ihnen sowieso egal, ne? So. Okay. 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 Dann wird Lightning Bolt hier wahrscheinlich auch nix bringen. Testen wir. Oh, doch. Na, wenn das so gut lief, dann machen wir das gleich nochmal. Hast du noch ein Fireball? Ne. 6, 23, 2 und 3. Also, übermäßig. Also, es sind ja auch nur Skeletal Dragon. Es sind ja keine Draculidsches oder so. Muss das wieder der Magier machen hier? Ich wusste es. Dankeschön. Nö. You have passed the test of battle. Wow. Gut, auch kein Moment zu früh. Würde nämlich sagen, ich gehe mal kurz raus und raste. Weil das ist ja nun doch ein bisschen unangenehm. Diese wenigen Hitpoints. Und Zauber habe ich auch keine mehr. So. Yes. No. Ein Camp. Oh, come on. Come on. So. Wo hast du denn? 63.000. Lass du schon wieder aufsteigen? Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Net of the rules. 63.000. Ja. Aber ach, das können wir auch danach noch machen. Gut, jetzt erst mal. Moment. 54.000? Könnt ihr alle aufsteigen? Tatsächlich? Nee. Nee, 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 nee. So, okay. Magic. Memorize. So, leider keine Bonus-Bells mehr. Schade, schade, schade. Jupp. So, jetzt haben wir ja alle Tests soweit bestanden. Nee, einer ist noch hier unten. The contorted bodies of a squad of draconians lies here. Their face is frozen in terror. The spectral minion allows you to pass. Ach so, hier wäre die Abfrage gekommen, ob ich die vorherigen Tests bestanden habe. The voice echoes to the room. What does the measures say on duels? Was soll ich denn das essen? Only a knight could answer correctly. Ach so, und er antwortet automatisch correctly. Das ist ja praktisch. Another voice. Also, so wünscht man sich Prüfungen, oder? Ja, okay. Another voice speaks how should a knight act during a council. Super. You have reached the door to the crypt itself. Nothing appears to block your way. Another spectral minion appears before you. I am the spirit of Sir Dargard. Finally a knight of virtue has reached me. Das war so einfach. Vorher hat das noch kein Ritter geschafft, würde ich mir erzählen. Now receive your charge, that I might rest in peace. Schön. Solumnic plate ist schön. Das ist schön. Das ist auch schön. Die sind vom Prinzip auch schön, aber die kann leider keiner, kann niemand außer einem Ritter tragen. So, wir haben jetzt minus zwei mit einer banded male, können uns neun Schrittchen bewegen. Jetzt kann man nur noch sechs, aber haben minus sechs. Das sieht schon mal ganz gut aus. Juhu, Items. So. Macht die auch minus sechs? Die macht auch minus sechs. Das heißt, also das gleiche. Dann haben wir den Journal of Giants Fink. Der macht 21 nur. Das ist ja, hm, 23 wäre schöner. Wie in anderen Spielen. Aber naja, wollen wir mal nicht. Kostverächter sein, 21 besser als nix. So, hm, hm. Dann, du hast eine Flare plus eins. Mit Matiken hat das Longsword versus irgendwas. Und dann würde ich sagen, kriegt Mausling mal das Longsword plus zwei. Ich könnte das hier ja schon mal weg. 1,8 plus sechs. 1,8 plus acht. Joa. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, haben wir verteilt, haben wir verteilt, haben wir verteilt. Super. Haben wir das ja erledigt. Kommen wir ja wieder raus. A party of Draconians bars your way. One steps forward and speaks. We have always failed to reach this sanctum while it was guarded by the ghosts. Thanks to you we will take the treasure. Wetten nicht? So, was haben wir hier? Oh, ein Bosak. Ein neuer Draconia-Typus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Icons vertauscht sind zwischen Carpax und Bosaks. Weil, Bosaks sind, äh, Zauberer, glaube ich. Ich glaube, die können zaubern. Ähm, und haben auf jeden Fall, äh, deswegen höchstwahrscheinlich eher eine Maze in der Hand und kein Schwert. Ähm, ich glaube, das ist vertauscht, aber na gut. Und sie haben wieder eine äußerst unterhaltsame Art zu sterben, wie ich persönlich finde. Stinking Cloud und, ja, die Carpaxe. Und, ja, unangenehm, achso, da kann ich gar nicht hin. Gut, dann hier hin. Oh, das hat ja gut geklappt. Das hat ja ganz hervorragend geklappt. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Ja. Oh Gott. Gut, dann wollte er es nicht anders haben. Wieso bist du immer noch helpless? Spiel. Ich habe da gerade Display Magic auf dich gezaubert. Komisch. Na gut. Es ist mir jetzt egal. Es ist mir egal. Es ist mir egal. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, schneide ich mal wieder das Video und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.